hier durch wie laut die flüstern ich höre es bis hier da ist was ins Wasser gefallen vielleicht ist ja ich habe einen Arzt bei mir ich selbst aber der will wegrennen Überraschungsangriff um ok hallo wo sind die alle ich meine da da ok verzieh mich mal jetzt komme ich wieder ein schweres geschütz muss hier irgendwo sein wie kann ich das umgehen wenn ich nicht weiß wo es ist ach da hinten ok na toll ich hoffe genau da sehen ok der ist erledigt ok da hat er nichts dabei nichts besonderes dann gehe ich mal davon aus dass hier keine mehr kommen hm rin 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 ich gehe mal hier den trampelpfad und doch den scheint mir der direkte weg zu sein ok ja 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 da liegt ein scharfschützengewehr allerdings in schlechtem zustand mhm 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 und das gold als belohnung für diese gute tat ok machen wir ähm du hast hier keine ne ok speichern indem wir ganz kurz schlafen speichern und fortfahren hier speichern annehmen ja und das nächste mal ähm ja das nächste mal finden wir den könig und nehmen ihm den ring ab bin schon gespannt wie die mission wird irgendwas in einem vor oder festung hat er gesagt ja wird bestimmt interessant okay die sonne schaut doch schön aus die strahlen und ihr schaut voll in die sonne wir waren blind ok also hier verabschiede ich mich von euch und wie immer schön dass ihr zugeschaut habt und ich sage tschau